Was die Seegucken machen, ist ja schon wirklich asozial allen anderen See-Lebewesen gegenüber. Seegucken schlotzen ab, die splattern einfach ins Meer und hoffen, dass diese Schlagsahne irgendeine andere Seegucke trifft, die mal ganz kurz Luft holen will und auf einmal schwanger wird dadurch. Direkt sofort schwanger, da hat jemand ein bisschen seinen Joghurt da in mein Auge reingetropft. Ich glaube, es regnet. Ja, genau. Ja, und dann sitzt du da, neun Monate später. Jedes Mal, wenn ich jetzt im Meer war und ich habe dann rote Augen, werde ich an diese Seegucke denken, die mir aus Versehen so ein bisschen Sperma in mein Auge reingetunkt hat.